Bereits seit einer Weile wird über ein mögliches Beziehungsaus von Betty Taube und Koray Günther spekuliert. Nachdem die ehemalige GNTM-Kandidatin zunächst alle gemeinsamen Bilder auf Instagram löschte, entfolgte sich das Paar auf der beliebten Social-Media-Plattform wenig später auch noch. Doch nicht nur das. Offenbar trug Betty auch ihren Ehering nicht mehr. Auch auf den neuesten Fotos der 25-Jährigen gab es den Ring nicht mehr zu sehen, das bemerkten aufmerksame Follower der Beauty ebenfalls. Offiziell getrennt haben sich Betty und Koray aber nicht. Im Place2Be-Podcast sprach das Model jetzt endlich Klartext und offenbarte, wie es um ihre Ehe wirklich steht. Wenn ich ein Bild mit Koray hochlade, dann geht das enorm durch die Decke und das ist irgendwie das, was die Leute sehen wollen, aber ich will mich darüber gar nicht definieren. Demnach sei das Model genervt von den sozialen Medien, weshalb sie und Koray ihre Ehe mittlerweile privat erhalten. Wir haben gesagt, wir machen jetzt alles komplett privat, das ist der einzige Grund, erklärte sie so. Eine Trennung steht bei den beiden also offenbar nicht an. Ganz im Gegenteil. Betty Taube offenbarte weiter, dass der Schritt aus der Öffentlichkeit raus ihrer Beziehung sogar gut getan hat. Somit gibt es also endlich eine Entwarnung rund um das heiß diskutierte Liebes aus. Die Fans von Betty und Koray wird das sicher beruhigen.